Hinheraus, das Problem ist, dass ich so brauche ein Audio-Interface. Äh, was? Warte, das? Audio-Interface, Alter, ich schwöre. Gibt es überhaupt in echt? Ja, tschüss, tschüss. Du kiffst mich wieder. Ich finde doch irgendwelche erfüllene Wörter, du. Audio-Interface sind alles richtig. Ich glaube, ich glaube, ich bin so. Ich glaube, ich bin so.